Nach den technischen Aspekten möchte ich nun über die Umwelt- und Gesundheitsaspekte bei der Errichtung eines Windparks sprechen. Das heißt also, welche Auflagen, welche regulatorischen Bedingungen gelten bei der Errichtung einer Windenergieanlage oder eines ganzen Windparks. Also was sind da die entsprechenden Gesetze und was muss beachtet werden. Natürlich an dieser Stelle hier nur die Grundzüge und immer aus der Sicht der technischen Umsetzung. Was haben wir an Punkten, die es zu beachten gilt? Das eine, fangen wir ganz einfach an, das ist das ganze Thema Eiswurf. Das heißt also, dass von der Windenergieanlage, die in den Wintermonaten beginnt zu drehen, die Gefahr besteht, dass dann Eisplatten, die an der Turbine anhaften, verschoben werden. Man sieht hier auf der rechten Seite so ein Warnschild. Das passiert dann vor allem, wenn die Windanlage sich nicht gedreht hat, sich rauhreif, Luftfeuchtigkeit bildet oder sammelt an den Rotorblättern, die dann im Winter frieren. Vor allem jetzt in der Höhe von 120 Metern mit den etwas niedrigeren Temperaturen vielleicht sogar, dass es dann dort zur Eisbildung kommt. Und wenn dann die Windenergieanlage anfährt, weil dann die Windgeschwindigkeit entsprechend hoch ist, kann es dann dazu kommen, dass diese Eisplatten abbrechen und dann herunterfallen. Das ist tatsächlich nicht ganz ungefährlich, wenn man in einem Windpark im Winter vielleicht spazieren geht. Deswegen diese Warnschilde, da sollte man schon aufpassen und dann nicht zu nah an diese Windenergieanlagen kommen, weil die Wurfweite natürlich entsprechend groß sein kann. Ein weiterer, recht einfacher Aspekt, den wir betrachten können, ist der sogenannte Disco-Effekt. Das beschreibt Reflektionen an den Rotorblättern, das ist bei modernen Windenergieanlagen eigentlich selten der Fall. Also damit ist nicht gemeint, dieses rote Warnlicht, was oben auf der Gondel sitzt, als Flugwarnsystem, als optisches, sondern tatsächlich, dass wenn die Sonne sich in den sich drehenden Rotorblättern spiegelt, dass es dann zum Aufblitzen kommen kann. Dem wird damit Einhalt geboten, dass die Windenergieanlagen oder die Rotorblätter entsprechend entspiegelt sind, also eine rauhe Oberfläche haben, sodass es dann nicht zu solchen Spiegelungen kommen kann. Also von daher eigentlich ein mittlerweile unkritischer Effekt, dennoch zu berücksichtigen und auch in der Planungsphase nachzuweisen, dass das beachtet ist. Nächster Aspekt, den gucken wir uns dann in diesem Video etwas genauer noch an, ist das ganze Thema Schattenwurf. Also durch die Rotation der Windturbine, durch die Höhe und dann den entsprechenden Sonnenstand kommt es halt dazu, dass die Windenergieanlage einen recht langen Schatten werfen kann. Und durch die Rotation haben wir auch einen sich bewegenden Schatten. Und wenn dieser Schatten jetzt auf ein Gebäude fällt, auf ein Wohngebäude, kann dieser bewegte Schatten doch schon sehr nervig sein. Auch das muss man dann prüfen, berechnen, wie der Schattenwurf aussieht, wie umliegende Gebäude davon betroffen werden. Da gibt es auch entsprechende Richtlinien. Was haben wir noch? Wir haben das ganze Thema der Schallemissionen. Das heißt also, dass wir den Schall, die Windanlage hat natürlich eine entsprechende Lautstärke durch die Bewegung. Und dort ist natürlich dann nachzuweisen, dass bei diesen Schallemissionen es zu keiner Beeinträchtigung der Umgebung kommt. Diese Emissionen, das heißt die Aussendung des Schalls, beziehungsweise die Emissionen, Emissionen, das ist ja dann der Schall, der an einem bestimmten Ort gemessen wird, wie groß ist der Schallpegel. Das ist festgelegt in der TA Lärm, in der technischen Anleitung für Lärm oder zum Schutz gegen Lärm ist es definiert, wie groß darf der Schallpegel maximal sein, abhängig von der Tageszeit, von der Art des Gebietes. Es ist ein reines Wohngebiet, es ist ein Gewerbegebiet, haben wir eine Gemengelage. Auch das gilt es zu prüfen nach dem Bundesimmunionsschutzgesetz. Da müssen entsprechende Gutachten vorgelegt werden. Ein weiterer Aspekt, das ist ein zentrales Diskussionsthema bei den Windenergieanlagen, ist das ganze Thema Tierschutz. Also wie sieht es jetzt aus mit dem Schutz der Vögel, der Fledermäuse insbesondere. Fassen wir es mal zusammen unter dem Begriff des Artenschutzes. Also wie wird sichergestellt, dass der Eingriff in die Natur, in die Fauna minimiert wird. Ganz verhindern lässt es sich natürlich leider nicht, aber dennoch muss das berücksichtigt werden. Und dann der letzte Punkt, auch das gucken wir uns dann noch an, ist das ganze Thema der Veränderung des Landschaftsbildes. Denn das Landschaftsbild wird natürlich durch die Windenergieanlage verändert. Dadurch, dass die natürlich auf Hügelketten stehen, muss man berücksichtigen, dass solche Windenergieanlagen eine sehr große Distanz gesehen werden. Auch das zählt in den Bereich des Emissionsschutzes. Da muss also eine fotorealistische Darstellung des Projekts erfolgen. In diesem Video wollen wir uns jetzt also beschäftigen. Einmal mit dem Thema des Schattenwurfs, das gucken wir uns einmal an, und des Landschaftsbildes. In den weiteren Folgen haben wir dann nochmal die Schallemissionen und den Artenschutz in einem gesonderten Video. Beginnen wir mit dem Landschaftsbild. Hier einmal dargestellt der Eingriff in das Landschaftsbild durch einen Windpark in der Eifel. Man sieht jetzt also hier die einzelnen Windenergieanlagen, die auf der Hügelkette stehen, auch noch im Wald. Und dann sieht man hier im Hintergrund auch noch angedeutet noch den nächsten großen Windpark. Das heißt, was muss jetzt gemacht werden im Rahmen der Betrachtung, wie ändert sich das Bild durch einen Windpark? Ziel muss es jetzt sein, eine fotorealistische Darstellung des Projekts zu erreichen. Dann türen wir uns das nochmal hier an, also das Landschaftsbild, wie das verändert wird. Also der Zweck ist, dass man eine fotorealistische Darstellung des Projekts erhält. Das gilt für alle Projekte, natürlich für eine Photovoltaikanlage entsprechend. Wenn man die jetzt auf eine Hügelkette gesetzt wird, eine Freiflächenanlage, gilt da entsprechendes. Der Leitfaden, das ist die gute fachliche Praxis für die Visualisierung von Windenergieanlagen. Also hier geht man vor, man nimmt vor Ort Rohbilder auf, erstellt ein Panorama. Das geht ja mittlerweile dann auch mit Drohnen eigentlich ganz gut. Und trägt dann mit einem Grafikprogramm dann diese Windräder ein, dass man dann ein fotorealistisches Bild hat. Hat dann da noch eine Nachbearbeitung, also eine Fotomontage in entsprechenden Grafikprogrammen. Um dann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens dazu, das ist vorgegeben tatsächlich im Bundesemissionsschutzgesetz, insbesondere bei der Beteiligung der Öffentlichkeit, dann darzustellen, wie dieser Windpark dann aussehen wird, wenn er fertiggestellt wird, dient auch der Steigerung der Akzeptanz in der Bevölkerung, was das für Auswirkungen hat. Und typischerweise kann man das auch noch aus verschiedenen Blickrichtungen machen, um einfach da ein sehr realistisches Bild zu bekommen. Das ist ein Punkt, der ein, jetzt kein komplexer Bestandteil des Projektes ist, aber ein wichtiger Bestandteil, der umgesetzt werden muss. Nächster Aspekt bei der Betrachtung von Windprojekten oder der Planung von Windprojekten ist der Schattenwurf. Man sieht jetzt hier ein Beispiel im Spätherbst einer Windenergieanlage mit dem Schatten. Also man sieht hier die Windenergieanlage und hier den langen Schatten, den die Anlage wirft. Das muss auch entsprechend nachgewiesen werden, wie der Schattenwurf aussehen wird und welchen Einfluss er hat auf die Umgebung. Auch das im Rahmen des Emissionsschutzes. Was haben wir für eine Art der Beeinträchtigung? Das ist ein periodischer Schattenwurf. Die Reflexion hatten wir jetzt gerade auch schon besprochen, also dieser sogenannte Disco-Effekt. Das Bundesemissionsschutzgesetz verlangt die Vermeidung und den Schutz schädlicher Umwelteinwirkungen. Dazu zählt auch die visuelle Beeinträchtigung durch diesen Schatten, weil ja insbesondere durch jetzt die Rotation der Rotorflügel hier hinten dann auch der Schatten sich dreht. Und wenn da jetzt jemand wohnt, ein Haus steht, hat man einfach das Problem, dass man permanent durch das Gebäude so einen Schattenwurf hat. Das ist eine Beeinträchtigung, eine negative Beeinträchtigung der Lebensqualität. Man kennt das vielleicht von Autobahnen, wenn dann der Schatten von der Windturbine auf die Fahrbahn fällt und man plötzlich dann diesen sich bewegenden Schatten durchs Auto huschen sieht, zuckt man vielleicht auch zusammen. Das ist eine Sache, die muss also berücksichtigt werden. Es gilt dort eine entsprechende Betrachtung zu machen, wie der Schattenwurf aussieht. Nachteil vor allen Dingen natürlich, dadurch, dass die Windanlagen auf Hügeln stehen, kann der Schattenwurf natürlich entsprechend verlängert werden, dass dann der Schatten halt auch den Hügel abwärts sich entsprechend verlängert. Was gilt, fangen wir damit zuerst mal an, mit den maximalen Beschattungszeiten. Also das ist vordefiniert, wie groß die Beeinträchtigung sein darf, also die maximale Beschattungszeit. Und zwar, die findet in einer Höhe von 2 Metern, also das muss ja nicht noch festgelegt werden, sagt, dass maximal 30 Stunden pro Kalenderjahr und 30 Minuten pro Tag dieser Schatten ertragen werden werden darf. Das heißt also, mehr als 30 Minuten darf dieser Schatten nicht durch ein Gebäude gehen und eine Beeinträchtigung der Anwohnenden verursachen. Das lässt sich ganz gut natürlich betrachten oder simulieren. Man kennt die Position, den Standort der Windenergieanlage. Man kann jetzt dann anhand der Bewegung der Sonne über den Tag verteilt und über die Jahreszeiten verteilt genau bestimmen, wo steht die Sonne und dann entsprechend natürlich auch, wie ist dann der Schattenwurf, wie bewegt sich der Schatten jetzt in dem Fall in diese Richtung und über den Tag verteilt und je tiefer die Sonne steht, desto länger wird natürlich entsprechend der Schatten. Machen wir da mal ein kleines Rechenbeispiel dazu. Das kann man auch mal ganz kurz dann selber rechnen, indem man das Video kurz unterbricht. Also betrachten wir das mal. Also wollen wir uns das mal angucken, wenn wir jetzt hier in der Ebene sind. Das ist gar nicht nur ein komplizierteren Fall mit einer höheren, mit offenem Hügel. Also hier den Boden. Haben jetzt hier unsere Windenergieanlage. Das soll jetzt eine Nabenhöhe sein. Also hier haben wir jetzt die Nabenhöhe. Dazu kommt dann jetzt noch die Höhe der Rotorblätter, die Länge der Rotorblätter. Das heißt, hier haben wir den höchsten Punkt. Das heißt, das hier ist dann R. Und wenn wir sagen, also das Gesamte hier, das seien jetzt mal 200 Meter, also 130 Meter Nabenhöhe und dann 70 Meter Rotorlänge. Das wäre jetzt schon eine sehr große, sehr moderne Windenergieanlage. Und jetzt hängt es halt davon ab, wo steht die Sonne. Je tiefer sie steht im Jahr, desto länger wird der Schatten. Also was man da so typischerweise hat an Referenzwerten. Einmal jetzt im Sommer. Wo landet man da mittags? Da haben wir halt den höchsten Sonnenstand in Deutschland von 65 Grad. Das ist dann ja der Azimut. Ich zeichne es mal hier so ganz grob ein. Das müsst ihr ungefähr hier. Ich kann das mal einzeichnen. Das ist jetzt hier. Mal nach einer anderen Farbe, damit man es besser sieht. Also hier steht jetzt die Sonne. Das ist Fall 1. Und das sind jetzt hier 65 Grad Winkel. Zweite Situation, die haben wir dann in den Wintermonaten, also im Dezember, haben wir einen entsprechenden niedrigeren Sonnenstand. Mittags um 12 sind wir dann deutlich niedriger. Mal ganz kurz zählen. Also ungefähr hier. Wenn wir jetzt mal hier die Linie ziehen. Passt noch nicht ganz. Ungefähr so. Aber dann steht hier jetzt die Sonne. Das ist jetzt Situation 2. Da haben wir also dann Winkel von ungefähr 14 Grad. Das ist dann mittags um 12 im Winter. Also Wintersonnenwende. Und dann machen wir noch einen dritten Fall. Was passiert, wenn die Sonne jetzt noch tiefer steht. Also hier unten irgendwo. Das ist dann der Fall an der Wintersonnenwende. Wenn die Sonne morgens um 9 Uhr. Da haben wir dann nur einen Höhenwinkel von 8 Grad. Jetzt ist die Frage tatsächlich, wie lang ist der Schattenwurf. Wenn wir das hier so einzeichnen. Man kann das jetzt schon erkennen. Also das sind jetzt die Abstände. Wenn wir jetzt mal hier zählen. Das sind dann ungefähr hier. Aus der freien Hand. Also hier haben wir dann ungefähr 8 Grad Neigung. Jetzt kann man halt rechnen, wie groß der Abstand ist. Also das kann man eben schnell selber machen. Indem man jetzt sich überlegt, wie ist das mit der Trigonometrie. Soll ich mal kurz das Video pausieren. Und dann gucken wir uns das gleich zusammen einmal an. Klar ist, das hat was mit dem Tangens zu tun. Also wenn wir jetzt die Trigonometrie einmal bemühen. Dann ist dieser Winkel ja hier. Also was kennen wir? Wir kennen den Winkel. Wir kennen die Höhe. Und was wir wissen wollen ist, wie lang ist diese Strecke hier. Das ist natürlich. Dann haben wir hier den rechten Winkel. Zeichnen das mal ein. Hier ist der rechte Winkel. Das heißt, wir können also über die trigonometrischen Funktionen arbeiten. Das ist dann entsprechend der Tangens. Denn der Tangens unseres Winkels Alpha. Das ist die Höhe. Die Gesamthöhe groß H. Dividiert durch die Länge des Schattens L. Und die Höhe H. Das ist halt die Narbenhöhe plus die Länge unserer Rotorflügel. Dividiert durch L. Das heißt also hieraus bekommen wir dann, dass die Länge unseres Schattens gleich H plus R. Also die maximale Höhe. In diesem Fall dieser Punkt hier oben. Bezogen auf das R. Und dann haben wir hier noch entsprechend das kleine H. Und dann dividieren wir das durch den Tangens des Winkels Alpha. Also der Höhenwinkel. Und was wir dann bekommen, wenn man das jetzt rechnet, sind wir hier bei den 65 Grad. Da hat der Schatten nur eine Länge von 65 Metern. Das spielt im Sommer natürlich keine Rolle. Da sind wir bei 14 Grad. Also mittags, Ende Dezember. Dann sind wir rund bei 800 Metern. Und morgens um 9, wenn die Sonne aufgegangen ist, dann haben wir eine Länge von 1400 Meter. Also 1,4 Kilometer Länge. Und das ist natürlich schon ein signifikant Abstand. Das heißt, wenn hier ein Haus steht, muss man entsprechend berücksichtigen, dass diese maximale Beschattungszeit eingehalten wird. Wenn wir jetzt auch noch hier in die Tallage kämen, dann wird der Schatten nochmal entsprechend länger. Auch das muss man natürlich berücksichtigen. Und Planen. Da gibt es natürlich dann Tools, die bei der Planung unterstützen und dann helfen können, diese Bewegung des Schattens. Wie ist der Schattenverlauf? Was ist der maximale Radius des Schattens? Wo haben wir Einflussgrößen entsprechend berechnet und visualisiert? Um dann in einem Schattengutachten oder Verschattungsgutachten die Angaben zu bekommen, wo der Schatten hier liegt. Um dann darstellen zu können, während der Planungsphase, dass es keine negative Beeinflussung der Umgebung durch den Schattenwurf gibt. ... ...